So, hallo zusammen. Mein Name ist André Schweres. Ich bin auch Künstler dieses Atelierhauses und habe die Ehre, heute unseren Gast vorzustellen, Christian Wilkes, und den Redner, Kai-Uwe Holze. Wir führen unsere Tradition fort, zum Tag auf der Tür einen Gastkünstler zu präsentieren, hier in den Ausstellungsräumen. Ich freue mich besonders, dass so viele Gäste heute erschienen sind und auch ganz viele Gesichter, die ich persönlich noch gar nicht so hier im Hause wahrgenommen habe. Ich freue mich auch, dass Herr Krützberg, unser Kulturdezernent, heute da ist. Ich will auch jetzt gar nicht so lange das Prozedere aufhalten, denn in der Küche gibt es Getränke. Einige haben schon noch ein bisschen so, wenn ihr mit den Hufen geschadet wollt, vielleicht ein bisschen was trinken und eine Kleinigkeit essen. Ich wünsche allen viel Spaß. Ich muss das Wort. Ja, vielen Dank. Er macht es kurz, ich mache es dafür ein bisschen länger, denn der Christian hat mich gebeten, ein paar Worte zu seiner Ausstellung zu sagen. Der Wilke lässt uns am Eingang schon verstummen. Das Auge wandert auf seinen Bildern von links nach rechts, von oben nach unten. Es sucht Halt auf den Bildflächen, den es häufig aber gar nicht findet. So stark sind die Brüche und Irritationen, die der Künstler uns in seinen Arbeiten zuhutet. So stellt er Farben nebeneinander, die ein Flimmern im Auge auslösen oder entwirft Konstruktionen, die geometrisch absurd sind. Auf den ersten Blick erscheint es häufig einfach, die Bilder zu entschlüsseln. Doch erst die Konzentration auf die wenigen Elemente und Farben in seinen Bildern lassen die ganze Kraft seiner neuen Arbeiten erfahren und die subtilen Brüche erkennen. Christian Wilke, 1963, das möchte ich nochmal mit der Wünsche nachfass es noch nicht. 1963, in Braunschweig geboren, studierte von 1985 bis 1987 Philosophie, bevor er 1987 bis 1994 ein Studium an der Hochschule für Bildungskunst in Braunschweig bei Professor Johannes Buß als Meisterschüter absolvierte. Sein Werk mit wenigen Belüsten zu umreißen, ihn gar in eine Kategorie zu stecken, fällt schwer. Bei Weiler hat er seine Arbeitsweise noch jegliche Einordnungen. Malerei, Zeichnung, Bildhauerei, Video- und Installationskunst. In jedem dieser Genre fühlt Christian Wilke sich zu Hause. Heute hat er sich aber mehr auf die Malerei hier schon spezialisiert. Dabei ist es weniger die Formensprache als die eigentliche Haltung, die seine Arbeiten kennzeichnet. Punk als Verweilungsstrategie trifft in seinen Arbeiten auf vermeintliche Spielsertugende wie Detailgenauigkeit und Akkuratest. Das Kunstbank bezieht nicht mitspielen, sich aber dennoch an den internen Vorgaben abarbeiten, beschreibt Sven Grühl, diese Haltung in einem Aussatz im Katalog Riech und Stravinsky 2001 der passenden. Dabei bedient sich Christian Wilke für seine Motive in so gegensätzlichen Bereichen wie den neuen Medien, dem Fernsehen, aber auch der Werbung der Kunstgeschichte und nicht zuletzt beim Rock'n'Roll und Trash. Er erinnert sein, beim Stichwort Rock'n'Roll, an seine Ausstellung Viva Las Vegas in der Galerie Mingi im Jahr 2001, die sich damals unter Leitung von, jetzt kommt es Jörg, und das kann ich mal nicht ausprechen, Worgalski, gleich hier im Nachbarhaus, in dem angefangen. Damals war der Dreh- und Angepunkt der Ausstellung die Musik. Eigentlich das, womit Christian ursprünglich auch angefangen hat. Denn bevor er gemalt hat, der Kunstgemalt hat er Musik gemacht in einer Band, die aber grottenschlecht war, glaube ich. Also Thema der Ausstellung war damals Musik und begründet wurde die mit einer Lebenskultur in Person eines Elvis-Imitators hier aus Duisburg. Der Pluralismus ist bei Christian Wilke allgegenwärtig. Überall finden sich Motive. Und so entstehen dann ordentlich näheren Bildfindungen, die gespickt sind mit spielerischen Zitaten aus dem vorgenannten Bereichen. Dies ist dabei in Auseinandersetzung mit der klassischen Kunstgeschichte ein ganz wesentlicher Aspekt und führt zu einem Bildvokabular, das sich auf diese bezieht, sie aber zugleich überwindet, sie schändet und sie erhöht. Mit den hier im Adi-Haus Goldstraße gezeigten neuen Arbeiten von Christian, sie sind zum großen Teil in diesem Jahr entstanden, wird deutlich, dass er in seiner Arbeit konzentrierter wird. Vor eineinhalb Jahren war in einer Ausstellung in K16 am Heim in Hübsburg-Kommberg noch vornehmlich Arbeit zu sehen, welche durch die Übernahme von fremden Motiven in ein geometrisch konzipiertes Bild geprägt war. So hat er beispielsweise ein durch waagende, gestreifend strukturiertes Bild mit zwei Zeichnungen von sich selbst als lebenslaufendes Männchen, einmal angezogen, einmal nackt, gestört. Und dem Bild dann den Titel »Me walking out of the picture twice« gegeben. Andere Arbeiten in der Ausstellung zeigten Straß und Sternchen aus den Medien, die mit einfachsten Mitteln umgesetzt die Bildgattung des Porträts, welches in der Kunstgeschichte vornehmlich als Repräsentationsbildverbindung fand, hat auf Sonne geführt. Diese Fremdgänge und auch Fremdbezüge sind in seinen neuen Arbeiten nun verschwunden. Er konzentriert sich in diesen Arbeiten ganz auf die klassischen Tugenden der Malerei, die Kompositionslehre und die Farbelehre, verweigert sich aber gleichzeitig auch wieder der heilen Lehre der konkreten Kunst, indem er auch hier die für sein Werk typischen Brüche und Irritationen schafft. Ein wichtiger Bestandteil der Arbeiten von Herrn Wilke sind die oft völlig unsinnig erscheinenden Titel, deren Bezug zum Gemalten sich manchmal auch verschließen lässt. Gleichwohl, aber immer irgendwie vorhanden ist. Er hat ja die Titel heute nicht angeschrieben, aber in der Preisliste, die sollten Sie sich unbedingt angucken, sind die alle aufgeführt. Diese Verbindung von Titeln und Bilden kommt besonders bei diesen quadratischen Bildern zu tragen, indem er sich unter anderem mit der geometrischen Kunst, wie jetzt bei den restlichen Größenbildern, aber auch auseinandersetzt. Wie in seinen zuvor schon beschriebenen Werkgruppen legen auch diese Bilder ein berätes Bekenntnis des Künstlers zur Ironie an. Ein Nebensschrank in der künstlerischen Arbeit von Christian Wilke sind die auch hier ausgestellten Fotografien. Als jemand, der ständig auf der Suche nach Motiven ist, lebt er ein sehr intensives Leben auch außerhalb seines Strategies. Geht so geitert von seiner Kamera. Bei seinen Erkundigungen in Industriebrachen, Landschaften und für mich manchmal sehr abenteuerlich anmutenden Orten, dann finden Sie zum Beispiel ein Foto von irgendeinem unterirdischen Bunker, was weiß ich was das war, da treibt er sich überall rum. Und da findet er die Motive und Bilder, die es gilt, für ihn festzuhalten. Bleibt auch in dem dabei Kompositionen wahr, die wie seine Bilder ausgewogen erscheinen und ihn fesseln. Manchmal dauert die Szene auch nur ein paar Sekunden. Sie festzuhalten, ist da schon dabei schon manchmal eine eigene Kunst. Liebe Besucher, scheißen Sie also Ihre kleinen, gierigen, faulen und dummen Gedanken über Bord. Lassen Sie die laut und wagen Gefühle der Alltagquell verstummen und finden Sie Erholung bei den Arbeiten von Christian Wilke. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.